krass Perfekt Crafting Box Ah, die Böhe nutzt sich auch grad Schon schön fett, zwei Äxte hergestellt Alles schön fett vollpflanzen Muss eigentlich unser Endlager, unser Atomhaus nennen Endlager, ah, da ist es der Für was denn? Für dein gecheatertes Zeug, ey Falls du mal wieder was schiefen solltest Oder für das Zeug, das wir überhaupt nicht brauchen Boah, Fail, ey Ach, das ist da hinten? Ah, danke, dass ich das auch mal erfahre Jaja, gerne Naja, wo ist eigentlich der Eingang zu unserer Monsterfalle? Äh Wenn du in den Keller gehst Ah, danke Irgendwo da war das Mhm Ah, ja, stimmt Ah, sehr geil So Wir haben bekommen Ein Knochen Der Creepert Stimmt, der ist ja explodiert Scheiße Jo, passiert würde ich mal sagen Bone Meal Bone Meal hab ich Hier Haaa Schön fett Holz abhacken Ja Ja, Leute, das kann sich hinziehen, würde ich mal sagen So Hätten wir das schon mal Hier, den Baum können wir auch noch abholzen, ne Ja Ja Da ist nichts mehr drunter Da komm ich nicht ran Schön fett Scheiße, ja Da holz Und hier ist noch mehr Holz Ich würde erstmal schön fett holz farben hier eine ganze Weile Toolers Hey, schön viel Bäume 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 Da, da Hier ist unser Endlager Ja, da kann so Da trifft man einfach links alles runter oder rechts Oder rechts Egal Und wenn's Wenn's voll ist, wird's einfach zugemacht Schön, ne Oder Wenn du mal Lava findest, können wir da auch Lava reinmachen Das wär auch ne Methode In ein Loch Lava und das andere, falls man tatsächlich mal Aber Obwohl Mh Hier, die ganze Scheiße hier Übertrieben groß, manche bei mir, muss ich echt mal sagen, ey Da kommst du gar nicht mehr hin Da kommst du gar nicht mehr hin Ich bin zu klein Ich bin zu klein Zu little Wow Egal Egal Palmst du eigentlich Da, wo du nicht bist Links vom Atomaren Endlager Hm Atomaren vor allen Dingen Lol Da hast du das Schild gelesen Wieso was hast du drauf geschrieben? Atomaren Endlager Ja, also, passt doch Fukushima Fukushima Nö Nö Keine diskriminierende Witte Nö 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 Oh, ich kann man richtig fett alles voll kranzen, ey Ah, Creeper Ha, ha, ha Bö Ah, ich hab sogar noch ein Eisenswert Nein, du bist einmal war es weg Ich hasse diese Bugs Mein Eisenschwert Behinderte Bugs Ist dein Zeug jetzt? Nein, ich habe ja noch die Hilfe von meinem Leben Ich hasse diese Bugs Wie ich sie hasse Du hässliche Kuh Stürb Wo ist denn der Creeper explodiert? Ja, irgendwo da hinten Keine Ahnung Hey, Pfiffi, ich mach's jetzt Kapiert Nicht wow, sondern ja, das mach ich Du sollst jetzt mal Jetzt Jetzt komm ich nicht mehr raus So Schön viel Holz habe ich jetzt Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen wollte Du das Glas mal in die Kiste da nebendran Was? Das Glas Kann ich die auch rausschmeißen? Ja Oh Fail Ich hab's wieder aufgenommen Oh, haben wir jetzt wieder fett Holz, Mann So, wo bist du? Ähm Sind eh bloß fünf Stück Äh, jetzt haben wir Wieder fett Holz, Mann Dreieinhalb Slots voll Du machst die im Büro, oder was soll das sein? Hm Lass dich überraschen Ich mach erstmal ne Tür Yay, ein Holztür Wir brauchen ein bisschen Glas noch Weil ich noch was machen will Aber ich bin noch ein halbes Leben Ja, mir ist langweilig Ich mach Türen auf und zu Mach was sinnvolles und farm Ich mach jetzt was anderes sinnvolles und fress mich erstmal voll, Mann So voll bis oben hin, ey Okay Wir sollten das Zeug halt hier schon mal grillen Wollde ich auch sagen Das machen wir halt beim nächsten Mal Irgendwie sinnvoll Äh Ach Ach ne, wozu sollte ich das Zeug denn grillen? La 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 Ich gehe zu dem Kuchen Der ist ja noch ein Stück und noch ein Stück und ich hab den Kuchen fast aufgegessen Ha! Selber aufgegessen hab ich den Yum, 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 yum Yummy, yummy, yummy I gotta love all my shoes Äh, horny Äh, hä? Das war wechseln Also scheißegal Ja, scheiß drauf So, ich werde noch das Weizen abfarmen gehen Alles richtig hinbauen und die Tür hier aufkriegen und dann würde ich sagen Ja, mia, 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 ne, ne, ne I gotta love all my honey oder irgendwie so, hä Ist mir auch eigentlich scheißegal, das ist das schlimmste, was gibt es Was beiß denn ich? Whatever So Zack, zack Da kommt was hin Da kommt was hin Äh, der kriegt von da Wasser Ey, diese scheiß Bugs Die sind richtig behindert Oh, diese scheiß Lacks Ja Genauso schlimm So Ich war eigentlich nur noch darauf, dass die beiden hier fertig sind Und der zeige ich nochmal hinter und dann würde ich sagen War es das dann gleich wie heute Ich will noch den Bambus abfarmen Bambus So, Bambus wird abgefarmt Hier haben wir noch Ein bisschen von dem Zeug Okay Es wird dunkel Ich verpiss mich jetzt von hier Hier ist nichts weiter fertig Wir gehen jetzt noch ins Haus So Haben wir noch Sand? Ja, ich habe noch ein Stück Aber Ich würde sagen Wir beenden jetzt die Aufnahme Weil ich jetzt los muss Dann sagen wir Tschüss Bis dann Äh, jo Dann Bis dann Bye bye und auf Wiedersehen t Vielen Dank.